Wie geht es euch? Ja, ich möchte kurz ein Video machen. Ich lasse mal das Licht an. Und zwar über die 144.000 Versiegelten. Das hat mich jemand gefragt und ich habe dann nachgeguckt, ob ich ein Video finden kann. Aber auf meinem neuen Kanal, also Wacht auf, ihr werdet verführt, habe ich gar keins gefunden. Und diesen Kanal habe ich jetzt zwei Jahre. Und vorher hatte ich ja meine deutschen Videos auf meinem englischen Kanal, Great Deceptions of the End Times. Und da habe ich eins gefunden, das ja schon drei Jahre alt ist. Und deswegen habe ich gedacht, naja, muss ich mal halt wirklich ein neues Video machen. Oder es wäre gut, wenn ich ein neues Video machen würde. Und ja, ich bin sehr dankbar für diese Fragen. Und sehr gemein, 144.000 sind das nicht von den Juden. Naja gut, das ist eine leichte Frage zu beantworten, dass sie nicht von den Juden sind, sondern Israel. Und vielleicht sollten wir gerade da hingehen, meine Lieben, wo das steht. Und ich wünsche mir auch, wenn ihr solche Fragen bringt, bitte sagt mir dann auch, wo das steht in der Bibel. Also gehen wir zu Offenbarung 7, ja, und da steht dann ja eindeutig, dass er noch welche versiegeln muss. Und zwar steht hier in 4, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Wichtig zu wissen, dass alle Stämme der Kinder Israels, ja, wenn wir halt vom Neuen Testament ausgehen, von Paulus ausgehen, dann wissen wir, dass das wahre Israel von Gott, dass das alle Gläubigen sind, ob sie jetzt Juden sind oder Heiden. Aber diese Stämme, diese 12 Stämme stehen halt symbolisch, ja, das sind wirklich symbolisch für alle Gläubigen. 12 ist ja eine komplette Zahl, also wir haben 12 Stunden, 12 Monate, ja, 12 ist eine komplette Zahl. In der Bibel, und deswegen wurde diese 12 benutzt, 12.000 natürlich, ist das noch kompletter. Und 12 mal 12, ja, sind ja 144.000. Wenn wir diese Zahlen anschauen, das sind ja immer 12.000, ja, jeder Stamm 12.000. Und das ist auch etwas ungewöhnlich, in der wirklichen, wirklichen Leben kommt das ja nicht vor. Ja, es ist noch nie vorgekommen, ja. Und deswegen kann man dann eigentlich auch sehen, dass sie hier symbolisch auch stehen für alle Gläubigen. Unter den Stämmen wurden ja auch immer die gezählt, ja, die Heiden gezählt, ja, wenn sie gläubig wurden, ja. Und von daher sind sie da auch mit einbegriffen. Wiederum alle Gläubigen werden hier angesprochen. Was wir auch wichtig sehen, 12 Stämme, das werden hier angesprochen, ja, 12 Stämme. Und ja, sie werden hier benannt, alle 12 Stämme. Und das sind die original 12 Stämme. Als sie ins Heilige Land kamen, waren es eigentlich 13 Stämme, weil Josef hat zwei Teile bekommen. Das heißt, sein Stamm oder sein Teil wurde aufgeteilt auf seine zwei Söhne. Und da ist halt das sehr wichtig, weil Ephraim war dann ein Stamm und Manessa ein zweiter, also nochmal ein Stamm. Das heißt, sie waren nun 13 Stämme. Und die Leviten, die haben ja kein Teil bekommen, also Landteil bekommen, weil sie ja die, 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 ähm, sie waren die Priester und die Priester bekamen kein Land. Aber waren es dann trotzdem 12 Landteile, wurde aufgeteilt in 12 Teile, Israel, der ganze, ja, was ist denn ein Staat, aber, ja, ähm, was auch immer es benannt wird, Israel, ähm, wurde aufgeteilt in 12 Stämme. Ja, ja, eigentlich sind die Stämme, ähm, ähm, die Bezeichnung. Also Israel sind die 12 Stämme. Also der, Israel ist der Stammvater von den 12 Stämmen, ja, also Jakob, der dann Israel benannt wird. Und wenn wir dann hier schauen, ja, wie gesagt, das sind dann die Originalstämme, die hier benannt werden. Aber wir sehen ja dann schon, dass 10 von diesen Stämmen nicht mehr existieren. Ja, eigentlich sind es 9. Ja, nee, aber man kann schon sagen, 10. Weil 10 sind abgefallen, weil wir ja noch Manessa, ähm, ähm, und, äh, Ephraim, ähm, zählen. Ephraim wurde der Anführer von diesen 10 Stämmen, die eigentlich sich von Judah abgetrennt haben. Schon, was, äh, während dem Sohn von Salomon trennten sich diese 10 Stämme unter der Führung von Ephraim, ja, nicht Josef, ab. Ja, ja, und haben dann, äh, ihr eigenes, ja, Königreich angefangen. Das Königreich von Israel, ja, und dann war halt das Königreich von Judah noch übrig. Und das müssen wir wissen. Denn, geschichtlich müssen wir das wissen, sonst, ja, äh, verstehen wir das Ganze nicht. Und diese 10 Stämme dann, die sich abgetrennt haben, die haben dann von Anfang an nur Götzendienst getan. Sie hatten sehr böse Könige, die nur, äh, Götzendiener waren. Und dann hat sie Gott geschieden, ja, geschieden, hör zu, geschieden. Und wenn eine Frau geschieden ist, unter dem Gesetz Moses, kann sie nie wieder zu ihrem Mann zurück. Oder ihr Mann kann sie nie wieder zurück haben. Das ist festgelegt unter dem Gesetz Moses. Das heißt, Gott kann sie nie wieder heiraten oder annehmen. Er hat sie geschieden. Und er hat ja das Gleiche auch eben mit Judah gemacht. Er hat auch Judah allmählich geschieden, weil sie nur rumgehurt haben. Das heißt, das Königreich Judah. Das heißt, das Königreich Israel hat gehurt, wurde geschieden von Gott. Wenn ihr nie wissen wollt, wo diese Stellen sind, kann ich euch die schicken. Ich werde sie suchen und dann unten anbringen. Ja, ich habe sie nicht gerade jetzt im Kopf. Ich glaube, Jesaja vielleicht 50 und Jeremia, da steht es auch 33 oder 3 oder sowas. Ich werde sie unten anbringen, ja, damit ihr seht, dass Gott diese Stämme geschieden hat und er sie nicht wieder zurücknehmen kann. Ich weiß, viele sagen und denken halt, dass am Ende Israel wieder zum Glauben kommt. Oder Judah oder auch wer immer. Ja, egal. Natürlich kommen sie zum Glauben. Sie kommen heute zum Glauben, ja. Aber sie kommen nur zum Glauben unter dem neuen Bund. Sie können nie wieder zurück zum alten Bund gehen. Unter dem alten Bund, das ist vorbei. Sie können noch so viele Tempel bauen. Sie können noch so viele von diesen roten Heffern opfern. Oder jede Passa irgendeinen Lamm opfern. Das hilft gar nichts. Sie können nicht wieder unter diesen alten Bund gehen. Sie müssen Jesus Christus annehmen. Und das tun viele heute schon, ja. Das ist gut. Aber als Nation, ja, als Nation werden sie höchstwahrscheinlich nie als Nation. Nur immer als Teil, als Überbleibsel sozusagen, was die Bibel sagt. Ein Überbleibsel von der Nation wird Jesus annehmen. Und ganz besonders halt ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken. Und wenn sie alle sehen, das könnt ihr in Schreier 14 sehen. Ja, dass dann halt ein Teil eben Jesus Christus annimmt. Sie werden sehen. Und das sind halt ganz wenige, die halt noch übrig sind nach dieser Schlacht. Ja, nach dieser Hamageddon-Schlacht. Ihr seht das eindeutig, könnt ihr das in Schreier 14 lesen. Ja, aber zurück zu diesen Stämmen. Ja, diese Stämme existieren heute eigentlich nicht mehr. Viele sagen, naja, gerade die Juden existieren noch. Und mit den Juden halt Benjamin. Das heißt, das Königreich Judah ist wieder zurückgeführt. Es wurde ja zurückgeführt von der babylonischen Gefangenschaft. Während Jesus Christus war ja dieses Königreich Judah wieder oder Judah wieder im Heiligen Land. Aber sie haben nie das Heilige Land besessen. Ja, weil sie geschieden waren von Gott. Gott hat sie nie zurückgeführt oder hat ihnen nie das Land gegeben. Und ich weiß, viele sagen, ja, aber heute haben sie das Land, aber sie haben es nicht von Gott bekommen heute. Ja, das Land haben sie heute von England bekommen. Ja, von England. Sie haben damit einen Vertrag geschlossen mit England und mit dem Rothschild und haben so das Land bekommen. Haben eigentlich das Land von anderen Leuten weggenommen. Aber sie haben es nicht von Gott. Ich weiß, dass es viele sagen, aber das stimmt nicht. Überlegt euch das wirklich. Ja, es ist auch nicht in irgendwelchen Prophezeiungen, dass sie das Land wiederbekommen. Ich weiß, es gibt Stellen in der Bibel, die falsch ausgelegt werden, ja, um zu beweisen, ja, dass das die Generation ist, die zurückkommen soll. Nein, das ist alles falsche Auslegungen. Wenn du, wenn ihr solche Auslegungen kennt oder solche Stellen kennt, lasst sie mir das wissen. Und diese Generation, ja, diese, wie nennt man das, Feigenbaum-Generation, glaube ich, das ist eine falsche Auslegung. Das kann ich gleich sagen, ja, kann ich sofort sagen. Nirgends in der Bibel steht irgendwo, dass eben die Juden wieder zurückkommen oder wieder ein Land bekommen von Gott. Steht nirgends, ja. Viel steht nirgends, weil es nämlich falsch ausgelegt wird. Zurück aber zu diesen Stämmen. Ja, diese Stämme, wie gesagt, existieren nicht. Sie haben sich gemischt unter die Völker, also besonders die zehn Stämme. Sie haben sich unter die Völker gemischt. Sie haben keine Identität mehr. Ja, keine. Es ist jetzt nur noch Judah und Benjamin übrig. Und sogar Judah und Benjamin, diese Leute, die sich nun Juden nennen, die sind oft keine echten Juden, sondern eigentlich Juden, die vielleicht Juden geworden sind. Und sie haben sich auch total gemischt mit den europäischen Völkern. Innerhalb von 2000 Jahren haben die sich gemischt. Die ziehen nicht mehr viele, die meisten sind nicht mehr rein. Ja, was aber auch egal ist. Er benennt hier eben zwölf Stämme. Wieder eine komplette Zahl. Ja. Und wie gesagt, diese zwölf Stämme stehen aber nur symbolisch für die Gläubigen. Ja. Und diese Gläubigen werden versiegelt. Wann werden sie versiegelt? Sie werden versiegelt vor dem Zorn Gottes. In Kapitel 6, am Ende sehen wir, ja, dass der Zorn kommt. Und die Leute verstecken sich in den Höhlen, weil der Zorn kommt. Ja. Ihr könnt es lesen. Geht zurück zu 6 am Ende. Und deswegen sagt nun am Anfang von diesem Kapitel, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde und noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Ja. Und da steht dann am Ende von 2, denn es gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Ja. Und dann steht in 3, und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch Bäume bis, die Knechte unseres Gottes, die Knechte unseres Gottes, ja, an ihrer Stimme versiegelt haben. Das sind die Knechte. Ja. Das sind die Knechte, meine Lieben. Und da müssen wir unterscheiden. Wer sind nun diese 41? Das sind die Knechte. Ja. Es ist ein Unterschied zwischen Knecht und Braut. Und das müssen wir wissen. Ja. Ein sehr großer Unterschied zwischen Knechte und Braut. Die Knechte sind wirklich die Diener. Wirkliche Diener. Die Braut dient zwar Jesus und dem Vater, also Gott. Sie dienen auch Gott, sie dienen auch Gott, aber sie sind Braut. Und von daher sind sie wirklich nicht Knechte. Ja. Und wir sehen nun diese Braut, diese große Schar in Vers 9. von allen Nationen und Stämmensprachen, ja. Und unter dieser Schar sind auch Juden, meine Lieben. oder Israeliten unter dieser Schar, das sind alle Gläubigen an Jesus Christus, die Jesus Christus angenommen haben, als Bräutigam. Ja. Das ist die Braut. Und die sind ja nun wo? Im Himmel. Ja. Vor dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes fängt dann in Kapitel 8 an. Das sind die Trompeten oder Posaunen, die sieben Posaunen von der Rache Gottes oder vom Zorn Gottes. Ja. Und diese Versiegelten, die wir hier sehen, ja, sie werden versiegelt. Und sie müssen jetzt durch den Zorn Gottes. Wo sehen wir diese wieder? Ich habe das nämlich auch gesagt. Wo sehen wir diese wieder? In, ich glaube, 9, 9 oder 10. Ja, ich gehe mal zu 9, ganz schnell. Da sehen wir die wieder. Und zwar unter dem, ich glaube, fünften Siegel. Fünfte Engel stieß in die Posaune. Ja. Und da wurde dann der Schlund geöffnet vom Abgrund. Und da kamen diese komischen Tiere heraus, Skorpionen, die aussahen wie Skorpionen, ja. Und wo steht das mit dem Siegel? Ich habe es jetzt gerade gesehen. Und sie haben diese Leute gestochen, ja. Und sie haben, sie wurden geplagt, fünf Monate lang. Ja. Ich gucke jetzt gerade, wo es steht, dass die, das, die, ähm... Ich halte mal mein Video an. Ja, hier in Vers 4 steht das. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras, der Erde keinen Schaden zufügen, noch jedem grünen Baum oder sonst was, nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Ja. Und das haben sie jetzt, die Versiegelten hier gemeint. Die Leute gehen ja jetzt durch diesen Zorn Gottes. Und die, die den Siegel nicht haben, werden von diesen Skorpionen geplagt. Das ist das Einzige, wo halt diese Versiegelten dann eben geschützt sind. Sonst sind sie nicht geschützt. Ja. Im Gegenteil, während diesem Zorn Gottes kommt ja der, das Mahlzeichen. Und jeder, der das Mahlzeichen nicht annimmt, wird geköpft, ja, wenn sie ihn erwischen. Und von daher, ja, sind die Versiegelten nicht geschützt. Sie werden auch sterben während dem Zorn Gottes. Aber sie werden am Ende von dem Zorn Gottes wieder auferstehen. Mit einem menschlichen Körper. Das sind die Knechte. Und diese Knechte, die sind halt auch eingeladen zu der Hochzeit. Ja. Das sind die Knechte. Wer soll sonst eingeladen sein? Ja. Das sind die Knechte. Und irgendwo hat es auch Jesus mal gesagt, dass er ging und die Leute eingeladen hat und alle hatten etwas zu tun. Und dann hat er gesagt, geh auf die Straßen und holt die ganz normalen Leute, ja, die Knechte. Und holt sie und ladet sie zum Hochzeitsmahl ein. Und das passiert ja am Ende von diesem Zorn Gottes. Und deswegen werden die halt jetzt hier versiegelt. Vor dem Zorn. Und die, die wahre Braut, die ist ja entrückt. Hier sind die, die Gläubige, also die Braut. Und das können wir sehen, meine Lieben. Eben wenn wir sieben anschauen und zu elf gehen. Da sehen wir die Beschreibung von dieser großen Schar. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Warum es nicht? Na gut, sie hat ja gemeint Juden. Aber Juden ist ja nur ein Stamm. Und die Juden eigentlich, gut, unter den Juden kann man auch die Benjamiten zählen. Aber nur deswegen, weil die Benjamiten ein Teil vom Königreich Juder waren. Und so wurden sie dann als Juden gezählt. Und das ist ja ein Grund, warum diese zehn Stämme Judah verlassen haben. Das heißt, die Könige von Judah verlassen haben. Weil die Könige von Judah einfach übernommen haben. Sie haben gedacht, sie sind nun der König und sie bestimmen. Aber das war nicht der Fall mit eben den Stämmen vor dem Königreich. Bevor die Israel Königen hatten, da haben ja alle Stämme gleichberechtigt bestimmt. Waren alle unabhängig, diese Stämme. Sie haben nicht zusammengehört. Und dann haben sie halt diese schlimme Idee gehabt, dass sie einen König wählen. Und Gott hat gesagt, ja, es wird schon passieren. Da werden sie dann schon merken, ja, was diese Könige tun. Sie werden sie ausbeuten. Ja, und dann eben haben sie gesagt, jetzt haben wir Schluss. Jetzt haben wir genügend. Und dann haben sie sich getrennt. Und sie haben natürlich wieder ihr eigenes Königreich Israel und ihren eigenen König sich geholt. Und das war natürlich auch nicht gut. Sie sind nicht zurückgegangen zum Original, wie es Original Gott vorhatte. Dass er der König ist. Jesus Christus. Sie müssen auf Jesus Christus warten. Gott ist ihr König. Ja, sie sollen sich gleichberechtigt untereinander verwalten. Und das haben sie ja abgelegt. Sie haben ja dann eigentlich ihr Recht abgegeben an einen König. Ja. Aber das ist nur zusätzlich etwas zu dieser Geschichte, die man eigentlich wissen sollte. Man muss die Geschichte von Israel oder von den Juden oder was auch immer wissen. Und dann müsste man eigentlich wissen, dass Gott sie seit der Trennung, seit der Scheidung, sie nicht mehr zurückgeführt hat. Und er wird sie auch nicht zurückführen. Ja. Die Zeit der Hebräer ist vorbei. Schon 2000 Jahre ist die Zeit der Hebräer vorbei. Und der alte Bund ist vorbei. Der existiert nicht mehr. Die leben nun unter dem neuen Bund auch die Juden. Und wenn sie diesen neuen Bund nicht annehmen, wird sie Gott ablehnen. Und ja, er hat sie ja abgelehnt. Und sie haben auch jetzt natürlich die Wahl, das anzunehmen. Aber sie können nicht zwei Herren dienen. Ja, viele der Juden, die jetzt Messias annehmen, ja. Ich habe immer das Gefühl, sie dienen trotzdem noch zwei Herren. Ja. Sie dienen trotzdem noch Israel, dem Staat Israel oder dieser Idee vom ersten Bund. Ja, das geht nicht. Sie können nicht mehr alter Bund verherrlichen und auch noch sagen, wir gehören Jesus an. Der alte Bund ist weg. Und sie müssen wissen, dass das Königreich nun, das Königreich gehört Jesus, dem Messias. Und nicht den Juden oder Israeliten oder was auch immer sie sind. Also, meine Lieben, ich komme zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Ich möchte dieses Video nun jetzt als erstes anbringen. Ich habe schon ein anderes gemacht, aber es war wichtig, dass ich das vielleicht auch mache. Weil ja, wie gesagt, diese Information ist wichtig. Also, lasst den Heiligen Geist euch leiten. Vielen Dank. Vielen Dank.